Das Getränke-Spiel heißt, ja, das Getränke-Spiel am Hof des König-Matte-Schütz. Nee, ich hab da was, das heißt Reagan, also tatsächlich auch wie Herrschaft. R-E-I-G-N. Ah, ja, Rain, ja, ja. Bring down the rain. Und das ist zuckerfrei, haufenweise Koffein, B-Vitamine, L-Aginin. Aha. So Over-the-Counter-Dickpilz für den vitalen und aktiven Mann, das ist immer so, hast du so Sky-Dumont-Dudes auf der Packung. Das war angeblich ganz gut für einen Muskelpump beim Workout, aber von mir hat das nicht. Und es schmeckt wie Ed von Schleck. Das ist okay. Ja, es ist wirklich okay. Also ich meine, was it does, it gives you the runs, aber... Apropos, wir runnen jetzt hier auch mal durch. Oh ja. Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von Sofakusch.de Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit der Birxavier Unsinn und Janni im Hof. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren wöchentlichen Geschichtspodcast mit mir, Janni Imhoff. Und der Mann, der gerade während des Intros noch mal rausgerannt ist, Hände gezeigt hat und jetzt wieder da ist mit Kopfhörer. Hast du dir noch was zu trinken geholt? Fast. Ich wollte doch mal testen, wie gut ich darin bin, rechtzeitig wieder hier am Platz sitzen zu sein. Für den Ernst, für den Ernst, weil es war nur eine Probe für den Ernstfall. Genau. Okay. Sehr gut. Lass es dir schmecken. Wie geht's sonst? Bisschen fertig, sagtest du? Ja, ein langer Tag an der frischen Luft mit unerfreulichen kleinen Sportergebnissen. Und jetzt bin ich aber nach einer langen Hatz durch die Stadt endlich zu was zu essen gekommen. Und jetzt bin ich fit, um mir hier Geschichten anzuhören, die du aus der Tiefe der Geschichte hervorgekramt hast. Ja, hervorragend. Denn was wir machen, ist ein ganz klassischer Geschichtspodcast, bei dem ich jede Woche Abel und euch eine bemerkenswerte Episode aus der Weltgeschichte erzähle. Abel ist jeweils unvorbereitet, muss aber, heute darfst du auch nur anderthalb Sätze den historischen Kontext machen, sonst müssen es immer drei sein. Und damit er es nicht ganz so leicht hat, führe ich ihn manchmal auf die falsche Fährte mit einem ganz anderen Thema. Und zum Ende unserer Folgen sprechen wir ganz nochmal über die popkulturelle Verarbeitung des Themas. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann schreibt uns doch über unsere Social Medias. Ja, die gibt es noch. Und zwar gibt es die unter den Adressen geschichte-ungenuegend-at-gmail.com. Und das Ü wird zum U bei dem Twitter-Händel-ungenugend. Also beim Twitter an ungenugend schreiben, dann erreicht ihr uns da auch. Ja, da müssen wir auch langsam mal zusperren. Genau. Und ansonsten haben wir noch... Wir oder er. Geil. Ja, gute Idee. Guter Gedanke. Ich lege auf. Nee, ich lege auf. Du legst mich. So, jetzt bin ich aber auch schon raus, weil hier steht nämlich gerade schon was, was ich über Koffeingetränke... Genau, wenn ihr uns noch Koffeingetränke spendieren wollt, wie das, was ich hier wieder ohne Bezahlung beworben habe vor dem Intro, dann haben wir da noch einen Link zu buymeacoffee.com vorerst noch. Und wir haben ebenfalls noch da Links zu unseren, wie heißt das denn, zu unseren Playlists, genau, wo wir die Songs, die wir verweisen aus der Popkultur oder irgendwelche Videos, Filmtrailer etc. packen wir da auch nach unserem Gut Dünken mal rein. Und ja, dann einfach gleich heute rein in unseren bunten Reigen heute. Oh ja. Und wir steigen ein mit Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Giza Butler und Bill Ward. Und ich sehe schon jemanden lächeln. Ich muss ja doch singen. Ich habe das gerade im Stadion gesungen. Ähm, was wurde gegeben? Naja, ich muss ja sagen, dass ich ja ein Freund eines kleinen lokalen Amateurvereins bin und dort haben sich die Jungs ja ausgedacht, Jungs größtenteils und Mädels, zu Iron Man ihren eigenen Verein zu besingen. Das fand ich sehr schön, weil ich das noch nicht von einem anderen Verein gehört habe. Ach schön. Mein großer Sohn, der hat auch immer gerne Iron Man gesungen oder zumindest das Riff so Dö, 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 Dö gesungen. Genau. Das kann man gut grüllen. Wie sind so sonst deine Berührungspunkte zu Black Sabbath? Oh ja, okay, wir machen also den Podcast, sagst du, erzählt aus seiner musikalischen Grunderziehung. Also vielleicht nur die drei Sätze historischer Zusammenhang. Ja. Nordengland, Ende 60er Jahre. Also ich bin da ein bisschen untypisch zugekommen, wie das vielen so ist, weil natürlich eigentlich kommt man zu Black Sabbath, weil die halt so diese schwere, laute Gitarrenmusik mehr oder weniger erfunden haben. Und vor allem in ihrer Langsamkeit und Schwere da halt irgendwie die Musikszene erschüttert haben. Und wenn man sich mal das erste Riff von der ersten Platte da anhört, dann denkt man auch wirklich, ja gut, 1969. Klar, Jungs, Hippietum ist das nicht. Nee, Hippie ist jetzt vorbei. Also das ist schon beeindruckend und dann haben die natürlich ein unfassbares Spektrum an toller Musik gemacht und ich bin erst dazugekommen, als dann schon die zweite Variante am Start war. Aber das ist ja mein persönlicher Traum, weil ich ja ein Freund des kleinen singestarken Herrn Dio bin und der hat da auch nochmal singen dürfen. Ja, das war nach dem, ich meine nach dem sechsten Album wurde Ozzy aussortiert aufgrund von Drogenexzesses, das ist glaube ich das politisch korrekte Wort. Und dann hatten wir Ronny James Dio am Gesang und das ging ein bisschen in eine andere Richtung. Und ja, ich glaube, Tony Iommi ist der Einzige, der nicht mal nicht bei Black Sabbath war, Zeit seines Lebens. Ja gut, der ist schon der Chef von der Janze, genau. Wobei ich glaube, Giza Butler, der Bassist, ist da schon sehr viel immer dabei gewesen. Giza Butler hat wohl die meisten Texte geschrieben, das wusste ich auch nicht auf den ersten Teilen. Der ist auch ein cooler Typ. Habe ich letztens irgendwie mal wieder irgendwelche Kommentare zu irgendwas gemacht, was sehr schlau klang. Und er hat ein richtig gutes Solo-Album mal gemacht, was ich irgendwann mal in den 90ern mir zugute führen durfte oder Nullerjahre. Okay, super. Ja, aber ansonsten hast du es ja schon so ein bisschen, die Band, die im Heavy Metal aus der, wie sagt man da, aus der Urne, nee, in die Urne, egal. Aus der Taufe, egal. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich bin drauf gekommen. Wo habe ich nämlich Ossi zuletzt gesehen? Beinahe. Ja, nee, das weißt du jetzt so nicht. Im Budnikowski. Nein. Ja, genau. Ich habe Ossi zuletzt gesehen in einem lachsfarbenen Sakko in der 80er-Ossi-Ausprägung mit den blondierten, nicht so langen Haaren. Das sah ja auch echt ungesund aus. Ein krasses, lachsfarbenes Sakko. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Er war Gast bei einer Veranstaltung, wo viele Leute noch ausgeflippter angezogen und noch mehr auf Drogen waren als er. Also er war beim SummerSlam. WrestleMania 2, genau. WrestleMania, genau. Da habe ich ihn nämlich gesehen. Achso, da war der als Entertainment-Gast oder als Zuschauer? Der war da als, ja, so eine Mischung aus, der hat zusammen mit Captain Lou Albano, den viele vielleicht noch kennen als den Mario aus der 80er-Jahre Super Mario Super Show von RTL. 80er-Jahre? Ja, da gibt es eine Verfilmung der Super Mario Brothers, das ist halb Cartoon, halb Realfilm und Captain Lou Albano, ein Wrestler aus den 60er-70er-Jahren, spielt da den, jetzt riecht sich nach Popcorn in der Wohnung, geil. Hoffentlich kriege ich gleich welches vorbeigebracht. Und hoffentlich geht der Rauchmelder nicht gleich los. Ja, der war zusammen mit Captain Lou Albano die Ringbegleitung für die British Bulldogs. Das waren zwei? Davy Boy Smith und Dynamite Kid, ja. Später war dann Dynamite Kid, der hat dann woanders gerasselt, der ist glaube ich nach Japan gegangen und Davy Boy Smith war dann der einzige British Bulldog. Okay, der war auch so in der Corner, weil er seinen britischen Landsmann unterstützen wollte. Genau, und wenn du dir mal Interviews mit Davy Boy Smith und Dynamite Kid anguckst, die kommen aus Lancashire, Goldburn, Lancashire und die reden noch Schlimmeres Englisch als Aussie Osborn. Und auch das will was heißen. Der redet gar nicht so schlecht, der nuschelt halt bloß so krass. Ja, aber sie hatte schon auch einen Sprachfehler und das Singen hat ihm ja wohl über seine Sprachfehler hinweg geholfen. Ah. Ja. Gut, also wir haben da glaube ich unterschiedliche Zugänge zu Black Sabbath. Ich bin irgendwann dann wirklich mal, aber auch relativ alt, in den Doom Metal eingestiegen, weil ich komme vom Thrash, so Metallica und so weiter und hab so dieses Langsame erst auch gar nicht verstanden. Ja, das ging mir auch so am Anfang. Und ja, aber die ersten vier Black Sabbath Alben finde ich großartig. Ich hatte auch ein T-Shirt mit der Aufschrift, hab ich dann erst später rausgefunden, das war ein Zitat. Da stand drauf, die ersten vier Black Sabbath Alben finde ich großartig. You can only trust yourself and the first four Black Sabbath Albums. Das ist, glaube ich, ein Zitat von Henry Rawlins. Wenn ihr es wisst, sagt Bescheid. Würde passen. Okay, haben wir es erstmal etabliert. Black Sabbath. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Machen wir erstmal, wir haben Geldautomaten, machen erstmal Pin rein. Und wir begeben uns, Zeitreise sollen wir ja nicht, wir gehen auf eine Zeitreise. Wir gehen zurück an den zweitliebsten, an die zweitliebste Zeit von Geschichte ungenügend. Nämlich ins Jahr 1492. Oh ja. Sonst wäre, also entweder Imperialismus oder hier proper Zeitenwende-Stuff. Genau, wir wissen ja zu der Zeit, es hat bei den Leuten geklingelt und es war frühe Neuzeit. Das Mittelalter war vorbei. Und um die Zeit rum hatten die Leute so alle so ein gewisses Doom and Gloom und Weltuntergang. Und das Ende aller Tage, das war da irgendwie, schien den Leuten besonders nahe dran. Und wenn ich sage, 1492, an welches wichtige Ereignis denkst du dann? Oder wollen wir gleichzeitig sagen, an welches Ereignis du denkst? Dieser Song von Vangelis? Genau, da ist er rausgekommen, ne? Ja, genau. Nein, 1492, wir sagen es gleichzeitig, auf drei. Eins, zwei, drei. Der Meteorit von Ensinsheim. Kolumbus. Ah. Okay, nein, Kolumbus war auch. Aber wir reden über den Meteoriten von Ensinsheim. Hast du von dem schon mal was gehört? Nee, aber sowas interessiert mich eigentlich sehr. Ich glaube nicht. Okay, dann stimmt. Du warst ja auch so aktiv dabei in unseren Folgen über Ticke Brach. Der wurde, der kam irgendwo auch mal am Rande vor hier in der Geschichte. Aber ich habe ihn jetzt nicht im Skript. Und zwar zwischen, dieses Ensinsheim liegt zwischen Mühlhausen und Kolumbus. Ich benutze die deutschen Begriffe, weniger aus Revanchismus, sondern aus Aussprachegründen. Zwischen Mühlhausen und Kolmar auf der französischen Seite, südlich von Straßburg. Ich meine, das ist auch nur das Elsass oder vielleicht schon die Vogesen. Es ist jedenfalls westlich des Rheins. Östlich des Rheins, da ist nicht viel, kommt dann irgendwann der Schwarzwald. Und vorher ist da noch die Firma Pearl. Kennen viele noch so als Gadget-Versand. Egal. 1492. Ein kleiner Junge steht auf dem Feld und guckt und sieht einen Feuerschweif am Himmel. Und das Ding knallt bei ihm in der Nähe in ein Weizenfeld rein. Vielleicht sollte man dazu sagen, die vorherigen Ernten auf genau diesem Weizenfeld und allen anderen Weizenfeldern da und auch allen anderen Feldern, wo alles andere angebaut wurde, die waren nicht besonders gut. Und da knallt dieser Meteorit in dieses Weizenfeld. Und der Anwalt, also er ist zumindest studierter Jurist und bei dem sage ich auch gleich noch mehr was, Sebastian Brandt, der reimt über dieses Ereignis folgendes. Da man zahlt 1400 Jahr, auf St. Florenzen Tag ist wahr, 92 um Mittentag, geschah ein grausam Donnerschlag. Drei Zentner schwer fiel dieser Stein hier in dem Feld von Enzensheim. Okay. Von diesen drei Zentnern kann man... Aber drei Zentner, Moment mal, drei Zentner sind 150 Kilogramm, ist das richtig? Das ist richtig. Von diesen drei Zentnern sind heute, nachdem sich da wohl einige Souvenirjäger wohl auch dran bedient haben, sind heute noch 127 Kilo übrig. Und wir... Ich wollte bloß gerade meine so halb, viertelgaren Astronomiekenntnisse, wenn da so ein 150 Kilo Geschoss einschlägt, ist doch vom Feld nicht mehr viel übrig, oder? Der Krater war wohl nur einen Meter tief. Aha. Hatte aber dann... Doch, Aliens, die das aus dem Ufo abgeworfen haben. Ich glaube, man kann sich das nicht so vorstellen wie... Okay, was weiß ich... Tors Hammer aus dem Marvel-Film habe ich da jetzt nur noch als hochintellektueller Mensch, als Parallele. Ja, ich weiß nicht, es ist nicht, es war jetzt nicht irgendwie der hier, alle Dinosaurier sind dann ausgestorben, 1492 Meteorit. Das war 6000 Jahre vorher, soweit ich weiß. Ja, genau. Habe ich auch so... Ich dachte, Columbus wäre, wegen der wäre aufgebrochen, ein neues Land zu suchen, weil die T-Rex ist... Weil die Königin neue Dinosaurier brauchte gegen die muslimischen... Ja, genau. Was, was, was? Nein, 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 komm, jetzt ernsthaft, wir machen hier Geschichtspodcast. So, und das reimte dann halt der Herr Brandt und den kennen wir, aber er als einen der Mitbegründer des deutschen Humanismus und sein bekanntes Zwerg dürfte die Moralsatire das Narrenschiff sein. So ein mittelalterlicher Text. Narrenschiff hat man mal gehört. Mal gehört, ja. Ich habe es jetzt auch nicht komplett durchgelesen, sogar gar nicht komplett durchgelesen. Und was er da macht, ist, da arbeitet er sich in 112 Kapiteln an der moralischen Verkommenheit seiner ZeitgenossInnen ab. Und der, sogar der Klerus bekommt da sein Fett weg. Also so ein klassisches, früher war alles besser und da war die Moral noch in Ordnung und jetzt geht alles den Bach runter. Ja, what's the matter with the kids today? Okay, ja. Ja, genau. Und ja, wenn so jemand einen Stein vom Himmel fallen sieht, wie interpretiert er das wohl? Endlich legt Gott mal los, hier aufzuräumen mit dem Mist und er erinnert uns daran, dass wir uns wieder an die guten alten Werte erinnern sollen. Genau. Und Schuld ist die Sünde. Ja. Und also generell, es ist halt die Sünde und jetzt kommt hier Gottes Strafe. Nicht nur die, sozusagen die ganz realweltliche Expansion des Osmanischen Reiches, auch in Südosteuropa, haben wir da, sondern nein, auch direkt, jetzt fallen auch Steine vom Himmel. Das kommt alles, das ist alles eine Strafe Gottes. Ja, der Krieg, die Osmanen und alles und dass jetzt die Missernten auch und dass die Steine da vom Himmel fallen, das kommt alles von euch blöden Sündern. Ja. Und die schlimmsten Sünder hatten Brandt und andere nämlich da ausgemacht, sozusagen an der Quelle. Ja, der Anruf kommt aus dem Haus, die schlimmsten Sünder, das ist der verkommene Klerus selber. Wir haben ja hier jetzt auch schon die Saat der Reformation, dass die fetten Kirchenoberen jetzt halt auch schon ausgemacht werden als die Sünder. Ich wollte auch schon sagen, er nennt sich dann um in Martin und zieht irgendwie nach Wittenberge und so macht da Sachen los. Ja, wir sind da, wir sind da um und bei und wir haben genau solche Leute jetzt hier, aber es sind jetzt eben nicht die Luthers, sondern noch ein paar andere und auch ein paar frühere. Und ja, also Brandt ist halt der Meinung, ja, alles Sünder, besonders der Klerus und alle immer geil und apropos geil. Wir lassen Brandt und seinen Meteoritenzettel jetzt mal seitlich liegen und sprechen über einen anderen Humanisten aus Straßburg. Der wurde später bekannt, auch als die, oder zu der Zeit schon bekannt, als die Trompete von Straßburg. So ein einfacher Prediger, nämlich Johann Geiler von Kaiserberg. Noch nie gehört. Das ist ein einfacher Prediger, schreibt, glaube ich, auch nichts, was die Jahrhunderte überdauert. Aber er, wenn der von der Kanzel ledert, dann hören die Leute zu. Beim Wrestling würde man sagen, he putzt die Asses in Seats. Die Leute finden das halt, ja, super. Und die Leute hören ihm halt wirklich gerne zu, weil er eben mit dem Klerus nicht besonders sanft umgeht. Rachsüchtig, versoffen, immer sexy time, Gott verleugnen und dann selber maßhaltend predigen. Ja, wie kommt er auf sowas? Dass der Klerus vielleicht gar nicht so fromm und bescheiden ist. Weil das doch so organisiert ist, hätte ich jetzt erstmal gedacht, dass die von den, also erstmal ausgehalten wird doch eigentlich, zumindest ist das eine, die einfache Priesterschaft, die wird doch ausgehalten von den, von den Leuten im Dorf. Die geben halt was ab, damit er da auch irgendwie sein, sein Braten kriegt. Und ich könnte mir das nur so vorstellen, das weiß ich aber nicht genau, dass die natürlich dann auch mal irgendwie einen größeren Bischof sehen und der hat dann da irgendwie seine teuren Ornate. Dann sind die Kirchen so golden und da glänzt alles und so ein bisschen die da oben wie hier unten. Und da gibt es halt nicht nur die Kaiser und Könige und die Grafen, sondern da gibt es halt auch die Kirchenleute, die oberen, die ja auch in Saus und Raus aus Sicht der Bauern leben. Und die rekrutieren sich ja natürlich dann auch aus dem Adel. Ja, genau. So, und da wird halt, ja, hier, guck mal, was du halt meintest, die da oben wie hier unten. Klassisches, klassisches, klassisches Ding. Und, und Geiler macht es aber wirklich ganz transparent. Er sagt, ja, guck mal, hier und da und die, die, die machen hier ganze, die ganze Zeit nur die Sau. Und er bringt die Leute, äh, und bringt die Leute gegen den Klerus auf. Und, ähm. Aber er ist selber einfach nur, er ist schon ein Geistlicher. Er ist auch, er ist auch, er ist auch ein Geistlicher, aber sozusagen ein kleiner Geistlicher. Ein kleiner Geistlicher. Ähm. Und der darf dann wohl tatsächlich auf, äh, anraten, das Bischof von Straßburg. Habe ich nicht ganz verstanden, dass der Bischof von Straßburg ihm das erlaubt. Er hat wirklich so eine Inspektion der Klöster und so weiter. Ja, und er findet dann halt in Jahren der, ich sprach von Missernten, und er findet da feinste Weine, Likörchen, luftgetrocknete Schinken, feinen Zwirn und Geschmeide und so weiter. Gut, es kann ja auch sein, dass er an einer höheren Ebene der Bischof von Straßburg halt gesagt hat, ich finde es auch doof, dass die da alle irgendwie so Saus und Braus haben und die sollen auch mal ehrlich ihr... Oder er hat sich da dann auch nochmal Ablass eingesammelt. Das gab es ja dann eben auch, dass man gegen einen kleinen Obolus, dass einem eben diese ganz handfesten Sünden vergeben werden. Apropos handfest, genau, es war ja nicht so ein Konflikt über das Verhalten, sondern es gab halt auch ganz handfeste Klassenkonflikte. Straßburg befand sich zu der Zeit an einigen der wichtigsten Handelsrouten und der Handel und die Wirtschaft sollten eigentlich weiter profitieren und es gab dann halt sowas wie ein urbanes Bürgertum aus Händlern, fing dann halt so langsam an und die hatten halt wenig zu Kamellen und wurden ganz extrem auch mit Steuerlast geschröpft und wer keine Steuern gezahlt hat, das war der Klerus. Also da hatten wir eben halt auch die ökonomischen Konsequenzen. Ja und dann halt die einfachen Leute, die hatten nach nichts zu fratzen. Das ist halt immer noch, wir befinden uns halt auch in so einer Zeit von großer Kalorienknappheit, wo auch Hunger auf dem europäischen Festland durchaus an der Tagesordnung ist, wenn da mal irgendwie zwei Jahre der Sommer verregnet ist. Und wie wir wissen, die Kartoffel gab es noch nicht. Die Kartoffel war noch nicht da. Nachzuhören an unserer erfolgreichsten Folge über Paul Montier. Ja, das ist immer eine der besten. Das ist eine der besten. Die wechselt sich immer an der Spitze unserer meistgehörten Folgen ab mit der Folge über Clarenore Stinnis, die Weltumrunderin im Auto. Ja, wir hatten ja auch in der Zeit, als wir über die Welser gesprochen haben und deren Zeit und Expansion in Venezuela, über Bankhäuser und Handel gesprochen, die dann immer mehr Einfluss gewonnen haben. Und ja, das ist so die Vorgeschichte. Das Setting. Wir haben Missernten, wir haben soziale Konflikte zwischen den einfachen Leuten, aber auch zwischen so einer Handelsklasse und dem Klerus. Und alles, was den Leuten so böses widerfährt, das wird interpretiert als die Strafe Gottes. Und die Ernten der nächsten Jahre nach diesem Meteoriteneinschlag wären tatsächlich etwas besser. Und die Konflikte entspannen sich alle erst mal ein bisschen. Und ja, wie es dann aber ist um diese Zeit, es ist nie nur eine Sache. Es sucht etwas anderes Straßburg und das Elsassheim. Und es wird bezeichnet als die bösen Pocken. Ja, also mit anderen Worten, das muss so schlimm gewesen sein, dass die richtigen Pocken gar nicht mehr die Bösen waren. Weißt du, was die bösen Pocken sind? Äh, nee. Also Pocken sind schon böse genug. Ja, die Syphilis. Ich erspare euch die Beschreibungen im Einzelnen. Googelt das nicht. Vor allen Dingen keine Bildersuche. Aber die Syphilis-Epidemie zu der Zeit in Straßburg war so schlimm und die Leute so fies und gezeichnet, dass selbst die Leprösen gesagt haben, ihr Gitt, wir wollen nichts mit den Syphilis-Erkrankten zu tun haben. Ja. Wie interpretieren Leute wie Geiler und Brandt das Ganze? Wie Geistel Gottes ist ja wohl klar. Der Herrgott schickt mal wieder seine Strafen, ja. Und nach der Syphilis, jetzt vor der Syphilis, beziehungsweise jetzt kommt die Beulenpest. Und nach der Beulenpest kommt der sogenannte englische Schweiß. Womit wir wieder bei Black Sabbath die zugeguckst im Studio sind. Das war, glaube ich, auch der englische Schweiß. Aber englischer Schweiß ist, der gilt als ausgerottet. Das war wohl so eine Schwitzkrankheit, die aber dann auch halt ruckzuck zu seiner Dehydration und auch zum Tode geführt hat. Und es geht halt wirklich so weiter. Das Elsass ist eine der extrem gebeutelten Gegenden dieser Zeit. Und es entzünden sich dann immer wieder auch soziale Konflikte. Es schwappt zum Beispiel die, ich hoffe, die sagen dir was, oder du hast da was, die Buntschuhbewegung. Ja, natürlich müsste ich das eigentlich wissen. Naja, ich musste auch gucken. Ja, aber ich habe so ein bisschen im Hinterkopf gekramt, dass natürlich diese ganzen Sachen, was dann später als Bauernkrieger eingeht in die Geschichte oder in den Geschichtsunterricht, die hätte ich jetzt ein paar Jahre später einsortiert, aber das kann schon dazugehören. Ich erinnere mich da auch an irgendein ganz umfangreiches, anspruchsvolles Pro-Seminar, wo ich da was drüber gelernt habe. Und was ich dann so halbgar im Kopf habe, ist, dass man von den Bauernkriegen natürlich nicht davon ausgehen kann, dass da richtige kriegerische Auseinandersetzungen von, da gab es einen geplanten Aufstand, der zentral gelenkt war und die haben dann irgendwas gewollt. Und vor allem, was gut zu dem Anfang passt, den du gesagt hast, dass vor allem ein Großteil dieser Aufstände ein Aufstand war von schon bäuerlichen Gruppen, die aber die gute alte Zeit wiederhaben wollten. Die nämlich gesehen haben, ja, ja, also Gott da oben und wir hier unten, das hat schon alles seine Richtigkeit, aber von den Leuten, die da jetzt gerade Gott angeblich vertreten und uns hier unten halten, das sind nämlich alles Leute, die überhaupt nicht mehr hier den eigentlich wahren Lehren entsprechen. Das heißt, das war keine wirkliche revolutionäre Bewegung, sondern eine sehr konservative, wenn man das mit so modernem Wort benutzen will, Bewegungswort, habe ich das irgendwie abgespeichert. Und die Bundschuh-Typen waren da vielleicht auch welche von, das weiß ich nicht mehr genau. Ganz genau so war es. Und du beschreibst es auch vollkommen richtig. Die sagen halt, ja, wir wollen, Haber, die Leibeigenschaft, wir wollen das weg und wir wollen hier diese Popen da weghaben und wir wollen hier die Großbauern da weghaben und wir wollen hier Gleichheit und so weiter haben. Das liest sich ja ganz gut. Wir wollen nur den Papst und den Kaiser. Ach so, ja. Ja gut, immerhin. Ja, immerhin. Und ja, du hast halt genau so eine Bewegung eben gegen so etwas wie einen korrupten Aale oder einen korrupten Klerus und so, dass man da sich gegen gewehrt hat. Und man glaubte aber wirklich, es gibt so eine gute Obrigkeit und dass man mit der schlechten Obrigkeit mal aufräumt. Ja, und das passt. Das fand ich damals auch ganz interessant, das mal so festzustellen. Diesen Gedanken. Ja, ich weiß ja, wie uns das ja heutzutage genauso verbreitet, dieser Gedanke. Ich weiß ja, wie es früher war. Und irgendwie war es früher auch nicht so geil, aber wir sind ja durchgekommen, es war alles in Ordnung. Aber bei dem, was jetzt ist und vor allem bei dem, was kommen wird, was wir noch gar nicht wissen, was da passiert, da haben wir so eine Angst vor, dass wir das gar nicht wollen. Deswegen wollen wir lieber zurück zum Alten, wo wir schon wissen, dass wir da zwar auch irgendwie unter der Knute sind, aber wir haben es ja alle überlebt, also wird es wohl nicht so schlimm gewesen sein. Lass uns mal bei der Angst weitermachen. Die umtreibt die Leute nämlich genau und die treibt die nämlich auch, glaube ich, in sowas. Du hast halt handfeste ökonomische, ich sage mal handfest, du hast halt ökonomische, die ökonomischen Bedrohungen einfach deiner Lebensgrundlage, weil nichts wächst oder es absäuft oder du Pocken kriegst und sich dieses oder jenes entzündet, nebst dem Widerstand, nämlich Körperstellen. Ja und auch die Predigten von so jemandem wie dem Johann Geiler, das wird immer wilder. Überall gibt es Dämonen und so in den ersten, so um die Jahrzehntwende, so um 1510 rum, da gibt es dann auch zunehmend Berichte davon, dass die Toten wieder aufstehen in Straßburg und Umgebung und überall sind Dämonen und wer zu Hause seinen Frühneuzeit-Bingo-Schein hat, natürlich haben wir da jetzt auch, sind wir auch im Grenzbereich von sowas wie, ja da muss man nochmal andere Schuldige als den Klerus finden und andere Schuldige sind natürlich auch als Klassiker schnell ausgemacht. Frauen, Juden, ja also Hexenverfolgung, antisemitische Pogrome, dürft ihr euch leider ankreuzen. Ja und inmitten dieser Jahre voller Missernten und Krankheiten und alles ist gebeutelt und die Aufstände scheitern alle nach und nach, da beginnt das Jahr 1517. Dieses Jahr wird von der Bevölkerung Straßburgs als das schlechte Jahr bezeichnet. Also wir haben eine gewisse Fallhöhe erreicht, aber ja nein und also es muss wohl einfach noch schlimmer gewesen sein und die Leute hatten echt noch weniger zu essen und ja, also machen wir schnell einen Strich drunter ins Jahr 1518. Auf den Feldern im heißen, ich dachte jetzt kommt doch noch was mit Luther, weil das, aber ja. Auf den Feldern verdorrt eine weitere Ernte und im Juli 1518 verlässt eine Frau Trofea, T-R-O-F-F-E-A, Vorname nicht bekannt, ihr Haus und beginnt zu tanzen. Naja, es gibt doch diese, ich weiß nicht, ob es diese ganzen wilden, wilden, wilden Tänzer-Geschichten gibt. Und sie tanzt weiter. Ja. Und gemäß der Chroniken aus der Zeit hört Frau Trofea auch nicht auf zu tanzen. Und erstmal stehen die Leute noch da und wundern sich, was tanzt die Frau Trofea da? Will die ihren Mann irgendwie verutzen oder so? Und nach einiger Zeit gesellen sich noch mehr Leute dazu und die tanzen gemeinsam. Ohne Unterlass. Und wir wissen leider nicht genau, wie der Tanz aussah. Ein paar Eckdaten sind wohl, dass wohl eher auch gezuckt wurde. Es wurde von einem Bein aufs andere gehüpft und es wurde sich gedreht. Und es wird tagsgetanzt, nachts getanzt bis zur Erschöpfung. Und wenn die dann erstmal umfallen, dann schlafen sie kurz, wachen auf und tanzen weiter. Und das ist nicht ganz klar, aber doch höchst wahrscheinlich, dass Menschen auch vor Erschöpfung und aus einem allgemeinen Energiemangel, nehme ich an, auch dann am Tanzen gestorben sind. Also es ist also einigermaßen noch umstritten, aber recht wahrscheinlich. Jemand behauptet, es wären so 40 Leute gewesen, andere entschärfen das wieder. War mir auch nicht ganz klar. Aber was definitiv passiert ist, das hören wir jetzt von Medizinhistoriker Mario Basler. Man näher wird dran, bis ihre Füße geblutet haben. Ja, du glaubst doch nicht, dass es sowas gut heißt. Moment, ich bin doch gar nicht fertig. Lass mich auch rausreden. Das verlangst du auch, Ole. So, jetzt nochmal. Füße geblutet. Genau. Und zwar immer mehr Schaulustige sind mit dabei. Okay. Und dann treffen die Offiziellen der Stadt, glaube ich, was man gemeinhin historisch als eine Fehlentscheidung bezeichnet und bringen die ganzen irgendwie auf so einen Festsaal oder auf einen Festplatz mit einer Bühne und lassen den Leuten Musik spielen mit angeworbenen Musikern. Ja, die Idee war, ja, die sind da irgendwie aus dem Rhythmus, deren Blut ist überhitzt. Und wenn wir nur Musik machen, dann kommen die Leute in den Takt und kommen wieder klar. Achso, nicht um das quasi zu überspielen. Es gibt ja gar nichts Besonderes zu sehen. Ich dachte erst, das soll so ein bisschen die Panik der Bevölkerung irgendwie dämmen. Das ist ein sehr schöner Take. Das habe ich so nicht gelesen oder auch nicht gedacht, dass man so, ja, wir haben gehört, hier ist Tanzwut. Das ist hier ganz schlimm. Nee, nee, das ist hier ganz normales Straßenfest. Das machen wir jedes Jahr. Warum blutet die Frau an den Füßen? Ja, das ist wegen der Knallkopf mit der zehn Gläser runtergeschmissen. Ja, genau. Guter Take, dass man wirklich einfach, ja, komm, dann machen wir auch eine Sause draus. Machen wir hier Bratwurststamm. Achso, nee, gibt ja nichts zu essen. Aber Tanzwut, hast du gesagt, das ist nämlich auch mal, ich habe das noch die ganze Zeit aus dem Wort gesucht. Das gab es, also, vielleicht kommt das gleich noch, aber das gab es doch in der Geschichte häufiger mal. Und ich habe auf jeden Fall schon gehört von solchen unfreiwilligen Körperbewegungsevents, die sich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie man so auslässig beschreiben soll. Unfreiwillige Körperbewegungsevent, finde ich schön. Kann man vielleicht hier den Clubs hier unter der Sternbrücke mal vielleicht als Veranstaltungstitel auch mal unterjubeln. Nee, aber ich finde das ganz schön beschrieben, weil wie freiwillig, wie unfreiwillig das ist, das wird nämlich alles sehr umstritten. Und das wird nämlich hier auch nochmal die, jetzt haben wir im weiteren... Ja, also ich meine so Mangelernährung und das, was da irgendwie, irgendwie was kaputt geht im Kopf, kann ja auch sein. Ja, zum Höhepunkt dieses frühneuzeitlichen Raves werden 400 TänzerInnen vermeldet und die zeitgenössische Diagnose, die war halt irgendwas mit Besessenheit und Strafe Gottes. Ja, aber so richtig mit Teufel und so? Also besessen schon irgendwie, der Teufel hat da Hoheit übernommen und lässt die jetzt verrückt werden. Guter Punkt, haben wohl auch Leute gesagt, aber hier war es nochmal einigermaßen, die Lösung war hier einigermaßen harmlos und nicht gewaltsam, sondern die Betroffenen wurden hingeführt zu einer dem heiligen Vitus geweihten Kirche, so ein sizilianischer Märtyrer aus dem dritten Jahrhundert, auch bekannt als... Eine andere sehr gute und wichtige Doom-Metal-Band, eine andere sehr gute und wichtige Doom-Metal-Band. Machen wir gleich, ne? Und dass sie dort beten und geheilt werden möchten. Und das wurde so, ja, entweder heilt der heilige Vitus sie oder es ist seine Strafe, aber jedenfalls wird, ist das der Ursprung, dass dadurch, dass sie dazu eben genau zu diesem Altar dann hingehen oder zu dieser Kirche, die dem heiligen Vitus gewidmet ist, kommt dann der St. Vitus Dance. Beziehungsweise im Deutschen der Feits-Tanz. Ach so, ach, das ist der Feits-Tanz. Der heilige Vitus ist nämlich der Feit und auch Guido, also Guido ist Vitus, wusste ich auch nicht. Ah, okay. Ja. Dieser Begriff, der Feits-Tanz oder der St. Vitus-Tanz, der wurde dann auch retroaktiv auf andere Tanz-Epidemien, in Anführungszeichen, angewendet. Ah. Muss ich gleich nochmal sehr qualifizieren, weil der bezeichnete später, da hat sich die Bedeutung des Begriffs nochmal verändert, des Feits-Tanz. Der hat dann irgendwann nämlich tatsächlich eine neuronale Erkrankung bezeichnet, heute bekannt als Korea Huntington. Und das ist tatsächlich eine nervöse Erkrankung, Ursachen weiß ich jetzt nicht, aber dass du sozusagen Aussetzer der Körpersteuerung hast. Und ist das ausgeschlossen, dass es bei denen auch schon war, weil es halt irgendwie bakteriell ausgelöst worden ist oder was weiß ich? Es ist ja, das sieht auch anders aus. Also so Korea Huntington, da hast du tatsächlich also so Zuckungen und da haben die Leute, so wie es aussieht, die Leute haben einfach planmäßig auch getanzt. Einen Reigen, ja. Okay. Ich denke, das wird auch viel von so Dansen-Makabre, so Totentänze, was du ja dann auch in der Zeit hast. Dann hast du diese ausgeflippten Bilder von so einem Hieronymus Bosch, aber du hast auch noch viele andere Skelette, die dann im Reigen mit den Lebenden da so tanzen. Das war mit Sicherheit auch ein gewisser Einfluss, ja. Und im September ebbt die Tanzwut ab und ist so schnell weg, wie sie aufgetreten ist. Hast du da genauer festgestellt, ist das dann halt irgendwie eine Sache, da fängt halt Frau Trofea oder wie sie hieß da irgendwann im Frühjahr an und die da mitgemacht haben, tanzen, da würde ich dann, wenn sie es überlebt haben, vier Monate durch. Im Juli ging es los. Oder kommen dann immer neue Leute dazu und... Im Juli ging es los und Ende September endet es. Sag mal, sechs, acht Wochen hattest du immer wieder Leute, die da drauf aufgesprungen sind, weil das war ja auch auf dem Marktplatz. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ja auch einfach Leute angezogen hat, die dann mitgemacht haben. Du meinst mehr freiwillig als... Reden wir später nochmal drüber, wie das so funktioniert. Und ja, du hattest völlig recht, dass im größeren Kontext ist es nicht die einzige dokumentierte Tanzwut oder Tanzwahn. Das hattest du schon in Erfurt in den 1240ern und vorher auch noch und nachher auch nochmal. Und ich glaube, Straßburg war so die letzte Große, wo auch der St. Whitestands als Bezeichnung dann dafür herkam. Ja, noch in den 1370ern, so im Rheinland oder in Aachen und so gab es das auch nochmal. Und da hattest du eben das auch, eine große Menge von Menschen, die sich über Tage in einen Rausch tanzen. Und teilweise hattest du eben Leute, die halt als tanzende, so als Spillmannszug da rumgelaufen sind und von Stadt zu Stadt gezogen sind und die Leute sozusagen mit in ihren Bann gezogen haben. Und das ist auch ein ganz gutes Argument gegen eine der Erklärungen. Und die erste Erklärung, die dann oft angeführt wurde in der Historiografie und bei den Medizinern, Drogen. Ja, klar. Und zwar der sogenannte Ergotismus. Ergot. E-R-G-O-T. Und zwar ist das ein Pilz, der Getreide befällt und Leute in einen psychedelischen Zustand versetzen kann. Ich bin da nicht so ganz drin bei psychedelischen Sachen, aber ich meine, dass eben auch genau dieser Pilz, diese Mutterkorn-Getreide-Geschichte ist, aus der dann später auch LSD gewonnen wird. Ja, das klingt jetzt erstmal schlüssig. Das wolltest du aber gerade verwerfen. Ja, ich sage dir auch, warum das nicht so schlüssig ist. Das wird ganz schön auseinandergenommen von dem, der, dessen Buch war auch mein Hauptzugang zu dem Thema. Hier nochmal mit einem anderen Aufsatz, der, ich meine, der Esperite lehrt jetzt aber an irgendeiner Uni mit einem guten Football-Team. Wollte ich noch fragen, habe ich ja bei, die MSU, gibt es die? MSU, Michigan State. Ja, Michigan State, genau. Da ist der im, ist der am Department für Medizingeschichte, nicht beim, im Department für Football. Nämlich John Waller. Und der hat das Ganze, ich meine 2009 im Fachjournal The Lancet auseinandergenommen, dass es keine, dass das kein psychedelischer Rausch war, allein von der, von der Menge, von der, der Leute, von der Ausprägung. Das hätte mehr Leute befallen müssen. Es gab jetzt, das wäre einfach unlogisch, dass jetzt irgendwie explizit nur diese Leute sich diesen Ergotismus eingefangen haben. Normalerweise funktioniert das woanders, dass du das in einem Getreidespeicher hast und dann sind die Leute halt mal ein paar Tage lang fürchterlich high. Jetzt habe ich jetzt, ich habe jetzt erst mal so gedacht, da kommst du ja noch mit anderen Erklärungen ums Eck oder auch nicht. Aber ich habe jetzt in so eine Richtung gedacht von, dass einerseits, wer weiß, was die sich da selber so zusammengebraut haben in ihrem traurigen Leben, wollten die auch mal ein bisschen Spaß haben. Das ist jetzt mal nicht ausgeschlossen, dass es eine freiwillige Drogenzufuhr war. Und dann kann es doch vielleicht auch sein, gerade wenn du erzählst, da gibt es so Spielmannenzüge, die ziehen von A nach B, dass irgendwann auch Leute sagen, fuck this shit, ich kann nicht mehr. Ich werde jetzt einfach mal bewusst verrückt und tanze jetzt einfach nur noch, weil ich kann das andere nicht mehr ertragen. Also was weiß ich, dass sowas kommt. Und dann ist natürlich noch das andere, das wäre jetzt mal der erste Punkt. Der andere Punkt, den ich in dem Kopf habe, ist ja der alte Rattenfänger da, der irgendwie auch mit Tanzen und Kinder und so was. Ja, was war denn da? Der hat doch irgendwie Kinder mit seiner Musik bezirzt und sie da irgendwie aus der Stadt geführt. Machen wir vielleicht eine Fußnote draus. Ja, aus dem Märchen und dem echten Vorbild vom Rattenfänger von Hameln. Das ist, aber multikausale Erklärungen hat es in der Geschichte ja noch nie gegeben. Also das ist ja, oft sind ja historische Sachen wegen einer ganz bestimmten Sache passiert. Aber ja, okay. Sagen wir mal, ich lasse mich darauf ein, wir können den Ergot oder, nicht den Herrgott, den Ergot und seine Wirkung einen guten Rausch sein lassen, vielleicht nicht als einzigen Auslöser und als einzigen Grund hernehmen. Ja, das verstehe ich. Ich lasse mich aber darauf ein, dass die Leute vielleicht auch high waren. So, und die andere Erklärung, mit der habe ich nämlich allerdings auch meine Bauchschmerzen, das ist die sogenannte, und das wird wirklich immer noch so genannt, die Massenhysterie. Und das wird hergeleitet, da werden solche Verhaltensweisen hergeleitet auf eine Reaktion auf extreme Stress- und Belastungssituationen, dass du sozusagen einfach, okay, bis hierhin, wie sagtest du so schön, fuck this shit? Genau, das habe ich glaube ich schon gemeint. Und jetzt ist es auch mal gut, haben ja einzelne Personen dauernd, ja, dieser oder jener Breakdown. Und da passiert es aber halt sozusagen einer Masse an Menschen, die dann alle das Gleiche tun. Und dann gibt es immer noch mal so ein paar Beispiele, wie eine Lach-Epidemie in Tansania aus den 1960ern oder als Robbie Williams Take That verlassen hat. Also, dass die Leute, ja, genau, dann kommt es nämlich genau in so ein, ich bin wirklich kein Psychologe und kenne mich mit der menschlichen Seele auch nicht so richtig gut aus. Aber mir kam das jetzt halt auch so ein bisschen vor wie so Westentaschen, Feuilleton-Psychologie. Ja, was ich jetzt nur mal gedacht habe ist, man darf ja nie vergessen, und das finde ich ja immer sehr wichtig zu betonen, dass wir in einer Welt leben, wo die Vorstellungen der Menschen über diese Welt und wie sie funktioniert und vor allem wie die Menschen selber funktionieren, ja eine völlig andere ist, als es heute ist. Und das, ich bin ja auch kein Psychologe und will da gar keine psychologischen Fachbegriffe verwenden, sondern wenn, dann ist es höchstens küchenpsychologisch verwendet. Aber dieses sich in was reinsteigern, weil man halt denkt, oh Gott, jetzt habe ich das auch und jetzt komme ich da nicht mehr von weg und quasi so eine self-fulfilling prophecy, sich da kann ich, also wenn die feststellen, okay, jetzt geht ja dieser Tanzwahn um und hoffentlich passiert mir das nicht auch, oh Gott, zuckt es hier nicht schon am linken Bein, oh Gott, keine Ahnung, also dass sich da auch ein bisschen reingesteigert wird vielleicht auch. Und ich denke, davon haben wir hier ein Case. Ob das jetzt nochmal von einem psychedelischen Schimmel am Roggen nochmal angefeuert wurde, lasse ich mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich eher einfach Leute, dass, so Frau Trofea hatte ihren Breaking Point, da ging es nicht mehr weiter. Und die anderen, ja, meine Güte, was soll's. Und ich glaube, heute haben wir ja auch nochmal so Momente durch unseren, was weiß ich, sei es unser Alltagsstress oder unsere, die Komplexität in unserem, in unserer Lohnarbeit oder irgendwas, das gibt ja auch genug Leute, die dann halt so einen Punkt erreichen, wo sie halt einfach mal ausflippen oder überschnappen. Ja, aber das meine ich ja, dass das eben immer in der jeweiligen Zeit unterschiedliche Ausdrucksformen dann findet, wie ein Zusammenbrechen an den Bedingungen, die man selber nicht mehr erträgt, dann aussieht. Aber du hast jetzt nicht irgendwie eine Erklärung von wegen, aber jetzt kommt Heini Meier von der Universität so und so und der hat herausgefunden, das ist wahrscheinlich aber das gewesen. Nee, wir bleiben bei der Massenpsychologie. Ein paar sagen noch, ja, da gab's noch einen Take, den hab ich aber auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen können, so, dass das ja, da ging's nochmal auf so eine religiöse Ebene, dass da irgendwie so, es gibt den sozusagen den, den durch Obrigkeit und Religion akzeptierten Tanz und dann gibt's aber sozusagen den heidnischen Tanz, das Wilde und dass man sich da auch in so einem Widerstand vielleicht zum Klerus bewegt, also sprichwörtlich bewegt hat, aber das, ja, weiß ich nicht, sah halt schon eher so ungeplant aus und dieses random Auftauchen an allen möglichen Orten spricht für mich nicht eher so dafür, für mich wirklich so ein klassisches, ja, Leute haben die Schnauze voll. Ja, ja, verstehe. So, ja, wie gesagt, der, das heißt dann heute Tanzwut, es gab noch eine Band, die Tanzwut heißen, glaube ich, oder bestimmt auch Lieder, die Tanzwut heißen und weißt du denn noch, was zu diesen, so irgendwo in der Popkultur ist dir diese Tanz, weil du kanntest es ja anscheinend irgendwo her. Ja, aber das ist, glaube ich, mir immer nur einfach in irgendwelchen Ausstellungen oder begegnet, dass dann, oder irgendwelchen, gerade was du von Bildern gesagt hast, gerade ob es ja nun der Bosch ist oder wie diese ganzen Holländer da hießen und die da irgendwie so diese Alltagswimmelbilder da quasi aus dem späten Mittelalter gemalt haben. Ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich das häufiger mal gehört. Gut. Und sonst, du sagtest ja schon, noch eine wichtige Doom-Band, nämlich St. Vitus, was an denen ja so besonders ist, dass die ja wirklich dieses, die ersten vier Black Sabbath-Alben einfach 15 Jahre später nochmal gemacht haben. Unter anderem gibt es ja auch ihren schönen Hit Born Too Late. Da bin ich gar nicht so ganz textlich. Ich habe bloß dem, der gute Mann hat also eine ganz wundervolle Akustik-Variante drauf. Der ist so ein bisschen, das ist so mit der, dessen Chef von der Band ist so ein bisschen so Lemmy-Typ. Das ist Y-No ist sein Spitzname, oder? Y-No, genau. Genau, da gibt es diese, die machen auch so Krach-Doom. Ich meine auch, die waren auf diesem Plattenlabel SST Records, was Greg Ginn von Black Flag gegründet hat. Und ja. Gut möglich. Da gibt es viel, viel Gutes. Wir können uns gerne auch nochmal drei, vier Stunden über Doom-Metal unterhalten. Aber ich glaube, das ist ja, wie bei Musik das auch häufiger ist, das wird halt immer wieder gemacht, weil es mal gut war. Und da gibt es auch heutzutage immer noch interessante Sachen, die so ähnlich klingen, aber jetzt auch nicht groß anders klingen als 1982. Ja, also gerade hier mit, wie heißen sie aus England auch noch, Electric Wizard und so. Oh ja. Und ich hatte so den Eindruck, gerade so die 20. Wobei die übertreiben es dann halt immer noch weiter, ne? Man darf halt nicht vergessen, Entschuldigung, dass Black Sabbath ja, die haben ja auch mal einen Sechs-Minuten-Song, aber die hängen nicht irgendwie zehn Minuten auf einem Basston und gnädeln sich da irgendwie um einen Brummen davon. Also bei so Bands wie Sleep, die haben, glaube ich, Marihuana Nord oder so, ist deren so an Super Nord von Black Sabbath angelehnt. Ist auch so 21 Minuten. So schöne, viele. Also packen wir in die Playlist. Könnt ihr euch auch mal kurz... Oh ja, da habe ich so einiges im Angebot. Ja, nee, also gerade, ich glaube, so um 2015 war so Doom nochmal ein richtig großes Ding. Das sind ja dann auch teilweise hier, Mensch, wie heißen sie hier noch, der dann irgendwie so in Cosby-Sweatern aufgetreten ist, glaube ich, auch gestorben ist vor einer Zeit. Auch so eine Doom-Band, die es nie geschafft haben. Ja, Mist. Mal nachgucken. Das sagt mir gerade nichts. Aber ansonsten, wo sowas auftritt, wir sind ja so ein bisschen, wir müssen ja nicht zu sehr Special Interest wieder sein, aber wo das sonst noch so auftritt mit diesem ganzen Getanze, ich weiß nicht, würde sich auch total gut als Hintergrund für irgendwelche Filme anbieten, aber mir fällt das überhaupt nichts ein, wo sowas mal auftauchen würde. Ich glaube, es gibt auch nur so TV-Verfilmungen und dann natürlich in TV-Dokus und dann gab es zuletzt nochmal eine Verfilmung aus dem Jahr 2020 oder 2021. Das wurde dann in der BBC im Rahmen von, okay, wir sitzen jetzt alle zu Hause, guck mal hier, Pandemie und dann wurden halt solche Sachen auch nochmal gesendet. Also auch mal die historischen Wurzeln oder auch so andere Ausprägungen von diesem Doom and Gloom und Epidemie zu zeigen. Und ja, wie ich drauf gekommen, wie ich tatsächlich drauf gekommen bin, zum einen, ich hatte Ossi gesehen, dann habe ich mir Black Sabbath Vol. 4 und eben auch St. Vitus Dance. St. Vitus Dance ist eine ganz relativ kurze, ganz groovige Nummer. Da geht es aber jetzt gar nicht irgendwie um den Fight-Tanz oder eine Tanz-Epidemie, sondern irgendwie um, es klingt so wie so eine Verarbeitung von einer gescheiterten Beziehung. Weiß nicht, was sich der Gieser Butler da gedacht hat. Wahnsinn, was sich der Gieser Butler da gedacht hat. Und so kam ich dann, ja, was ist denn der Fight-Tanz? Ja, irgendwie Leute, die so rumzucken. Und dann kam ich aber dann ganz schnell auf die Tanz-Epidemie. Und das war hier die letzte, nämlich 1518. Achso, also das war das so, war es eigentlich ein Mittelalter-Ding. Das ist ja ganz spannend, weil ich dachte, das gäbe es dann später auch noch, aber das habe ich halt nie richtig gemacht. Also du hast immer wieder so dieses, weil dieser Begriff, glaube ich, auch extrem dehnbar ist, der Massenhysterie. Also generell ist der Begriff der Hysterie ja auch unheimlich dehnbar und gedehnt worden. So irgendwie. Oh, Leute haben Bock auf Sex, Hysterie? Leute haben keinen Bock auf Sex, Hysterie? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Leute haben normal Bock, Hysterie? Ja, klar, weil du dann, dann musst du dich ja nicht, wenn du Sachen zur Krankheit erzählst, musst du dich ja nicht mehr mit den Gründen dahinter auseinandersetzen. Ja. Gut, das war der kleine Ausflug in die, in die Frühneuzeiten, mal wieder an die Epochenwende, als die Leute in die Nase voll hatten und einfach, ja, genau, ja, wenn es euch gefallen hat, hört ihr auch nächste Woche wieder rein. Da haben wir eine kürzere Folge, die nennen wir immer Fußnoten, da machen wir auch immer noch mal ein bisschen Leserpost. Wir haben auch gestern ganz tolle Leserpost, das muss ich erst mal sacken lassen, dann trage ich das nächste Woche nochmal vor. Wenn ihr noch was habt, sagt uns Bescheid. Wenn ihr Themenideen habt, schreibt uns an und ansonsten bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.